Ach man, das waren zu wenige. Schieß beim nächsten Mal mehr. Die Rakete schläft schon wieder. Die Rakete schläft schon wieder in die 2D-D-D-D-D-D. Und die Rakete schlägt schon wieder in die 3D-D-D-D-D-D-D-D-D-D. Der verliert wieder seinen 12-zylindrigen Kopf. Hier haben wir wieder ein paar Ringe gesammelt. Waaah! Da sind die Leute wieder nett drauf. Ähm, das und 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 das. Wir sterben! So, rechts ist schon mal ab. Och, no. Das brüllt hier echt eine Rakete. Ich würde hier schon wieder genau hier rennen. Ich würde hier auch schon wieder genau hier leben. Woher wusste ich das? Woher wusste ich das? Treffer. Der saß. Ich verhaufe mich zu schießen. Oh, da oben rechts Zeitüberschreitung. Werde wohl nicht hier jetzt schon sterben? Doch. Da rede ich davon und sterbe natürlich prompt. Boah, hier gehst du sterben, du Bastard! So langsam nervt er mich. Gut, Rocket hab ich schon mal. Auch wenn er noch bin. Und... So. Bäm! So kann man auch gewaltigen Schaden anrichten. Jetzt brauche ich Ringe. Kumpel, du kannst Gedanken lesen. Na, drei Ringe hab ich ja noch. Nimm das und stirb endlich! Oh, na, jetzt hat der schon wieder an. Rocket! Nein! Stirb! Endlich ist gestorben! Da! Und 98 Ränge beim Zieleinlauf. Ja, haha, haha, ja, fuck man. Bei der Zeitüberschreitung kriegt man wohl nichts. Ah, damn it. You did it! Couldn't have done it without you, buddy. Thanks. Hey, we both deserve some kind of reward. Yeah, let's go to an amusement park or something. Oh, right. But, uh, one that's, you know, less evil than this one. So, are all the aliens getting free? Looks like it. Once the power went off, the locks vanished. I hope Yakker's okay. I think you'll be fine. You don't think the weapon you were shot with still works? Not without power flowing to it. I think we're all good. That's what I like to hear. Klingt mir nicht sicher, ob wir schon fertig sind? Sweet! The track to be in the car. The planets are free! Was there ever any doubt? I mean, really? Great job, buddy. With all the generators destroyed, we could blow this joint and head home. We did it, dude. We? I don't remember you fighting off any insane robots. True. Well, good job to you on inventing a translator that allowed us to speak to the aliens and figure out exactly what we needed to do so we weren't running around the park looking like idiots. Oh, no. Wait. That was me. Good point. Either way, we can get out of this crazy place and go home. Right here? Whoa! It looks like the aliens are happy to be going home, too. Äh, ich glaube, wir sind in der Mitte einer Party. Die Mitte? Wir sind die Party! Ich glaube, wir sind ihre Gäste von Honnäu! Total! Und wenn ich aufnehme, ich hab erst mal die Schnauze voll. Asteroid Coaster war doch etwas frustrierender, als ich dachte, als ich gehofft habe. Ja, Critical System Failure, du bist auch ein Critical System Failure. Wie dem auch sei, auch noch mal beendet, wir sehen uns beim nächsten Mal!